Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XI mit Alve. Ich bin jetzt hier schon in Battaglia Downs. Ich muss später durch Bosse Dean Glacier. Und wir müssen jetzt erstmal Goblins killen, bis ich ein Key-Item bekomme. Dann muss ich erstmal die Goblins finden, also schauen wir mal an, wo die sind. Ah, da sind schon welche. Mal schauen, wie hier die Drop Raid ist. So, genau 1 und 2. Aber da habe ich noch kein Key-Item. Moment, das geht nicht. Okay, dann suchen wir weiter. Ah... Ah, da habe ich's. Bowl of Blend Goblin Salad. Okay, dann muss ich jetzt... Äh, was machen wir am besten? Wir machen... Das hier... Ähm... Da muss ich... Äh, wo ist denn mein Anderring? Ach, den hatte ich ja nicht. Da ist der Warbring. Ähm... kurz abwarten. So, dann zum Buch. So, das wär's auch nicht... Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das denn? Dann bin ich in Glacier. Was war das denn? Ja. Und dann, wo war das jetzt wieder, Battaglia Downs war da unten, okay, dann müssen wir da hingreiten. Und dann, wo war das wieder, Battaglia Downs war da unten, okay, dann müssen wir da unten gehen. So, jetzt muss hier auch irgendwo wieder ein Fragezeichen sein, dass ich nur noch hindern muss. Erkündigt hier schon richtig. Mal schauen, dass ich hier nirgendwo runtergehe, wo ich nicht wieder rauskomme. Da sind Fragezeichen. So, und dann einmal klick. You are suddenly overcome with a sense of foreboarding. Jawohl, und da ist er doch schon. Ah, das tun wir einfach. Okay, und ich hab Spiels von Rosum. Und dann geht's weiter nach Rollenberry Fields. Und dann geht's. Das ist das, was ich weiß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da kommt auf jeden Fall was aus. Okay, da bin ich so, dass ich die Truster rausgenommen habe. Der ist was Heftigeres. Ich bin immer in Level 89. Normalerweise ist diese Gegend hier für mich überhaupt keine Herausforderung. Ich bin immer in Level 89. Ich bin immer in Level 89. Jetzt muss der sich ausgerechnet drehen, wenn ich sage. Ja gut, aber das wird, das wird. Ich bin immer in Level 89. Ich bin immer in Level 90. Ich bin immer in Level 89. Ich bin immer in Level 89. Das war's für heute. So, mal schauen, was du schönes getrocknet hast. Ah, V-Razer and waterpoops. Jetzt muss ich nur noch schnell den V-Razer verändern. Jetzt kann ich sogar schnell mal auf den Weg hauen. Und das war noch nicht. So, und dann mal schauen. Aber ich habe Arcana Breaker bekommen. Ich möchte nur mal wissen, wie gut die Dinger sind, die ich da bekommen habe. Arcana Breaker ist ein White Match. Das kann ich verkaufen. Und Trotter Boots. Na gut, das hätte mir bei Level 12 was gebracht. Movin's Meat plus 12. Das ist aber auch nicht schlecht, wenn man mal schnell laufen will. So schlecht war der Dropping. Jetzt habe ich keine Ahnung, was der Arcana Breaker wert ist. Wahrscheinlich inzwischen nicht mehr viel. Aber egal. Gut. Ähm. Wir machen weiter in unserer Mission. Und das Ganze wiederholt sich jetzt nochmal in Saramon Cafe. So, wir machen weiter. Wir machen weiter. Hier haben wir nochony Weich-Ei-i-i-o. Jetzt haben wir noch die Ball-Druierer-Leich-i-o. Hier haben wir noch neueастiche Beine. Wir machen die Ball-Druierinnen. Und das Ganze wiederholt sich über die Ball-Druierer. Und das Ganze wiederholt sich über die Ball-Druier. Und das Ganze wiederholt habe ich sie Hawaii. Ich kann diesmal auf Schnäpferen die Ball-Druierern eine Anlage. Mit diesem Fall, nämlich das Ganze. Oh So und da habe ich Chunk of Smoke Goblin Grub, das bedeutet, hier war es direkt beim zweiten Goblin und ich muss durch Saruman Campaign, äh, nein, ich bin Saruman Campaign, aber ich muss durch Chaos Lost Troja wieder, also, auf geht's. So und da, also, auf geht's. So und da, also, auf geht's. So, da bin ich. Ich hoffe, das ist das richtige Fragezeichen. Und ich habe gerade entdeckt, hier ist ja ein Survival Guide. Ich hätte hier auch hin teleportieren können. Naja, egal. Ja, es ist das richtige Fragezeichen. Okay, dann habe ich Speed Spall, wie wie es ist. Und dann muss ich zurück nach Quiffen. Diesmal teleportiere ich das aber. Übrigens, ich hätte mir gerade eben gar nicht hin teleportieren können, weil ich mir, wie ich gerade jetzt erst den Teleport geholt habe. Also, hätte ich doch durch das Wassersteuer gemusst. Okay, there you are, Albeb. I've been waiting for you. Were you able to recover the Speed Spall Rosum, Speed Spall Cerillium, and Speed Spall Viridis? Ah, wunderbar. These Shards are sure to tell us something. Let us see what secrets they hold. What's this? There is another verse. An antiphon, a response to the layer of destruction. An undiscovered verse with a power to silence the raging echo. A chorus with a power to channel the love, the will to live, and all who sing it into a clarion cell call. A call that will cut through the echo of destruction, restoring order from chaos, and now to appease the ancient gods. Yes, this is the answer we seek. You! Madeline, child, why do you interfere? Who do you think you are to defy the will of the seed crystal, to defy your own fate? Ha! The seed crystal? But, child, do you not see? It is the echo of your own beating heart, of your own breath, of every life, of every life born to this world since the time of creation. Within the echo, all are one, as it has been since before the dawn of time. The echo of life will resound through the ages. It will not be silenced by the likes of you. Okay, that was it then again for today. Now I'm curious how long this episode will be. For me were that now 1 hour and 5 minutes. But it will be much faster than the whole way. Well, we'll see you next time. Bis dahin, macht's gut!